Der Säge in Avia! 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 Ich bin Avia! Der Säge in 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 Avia! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weisgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom Nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Hm, das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem... Stuhl. Kledwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Fingerbreit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort, unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten. Einem Arjan. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen. Und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich hab Flotsam mit Jorwit verlassen. Dem Kommandanten einer Scoia-Tel-Einheit. Ein Monster schlechter und ein Mensch schlechter. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Lok Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Durchaus nicht. Ich habe mich in persönliche Belange eingemischt und Jorwit geholfen, Saskia von einem Fluch zu befreien. Ja, und Rado wie damit einen Grund für seine Hexenjagden geliefert. Glückwunsch. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Es mag dem Herrn neu sein. Doch er... Um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Der Herr wird sich freundlicherweise ankleiden. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken. Das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tarn des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Im Grimie eb Art Kerser, Deet wenn Adan in Karn eb Morwut, Em hier war Emreis. Verneinen. Eure Kaiserliche Majestät. Areia eb to Orde. Evelien, nam ihn Vatgern Vavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Jennifer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir. Richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt hörst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergeweizt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Jennifer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit. Bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut nicht belästigen darf. Siege nach Mittag. Beruhig dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Heerewar der Zweite, Prinz von Elanda. Bissi an Eswein Norvigrath? Er an Neen. Ratslieden in Ennex. Es tun SSR an Neen. Er hat eine Rehre. Er sieht, er hört sich weg. Er ist eine Rehre. Ich bin Heerewar der Zweite, hat es in den Tempel. Er hat eine Rehre. Er hat eine Rehre. Er hat eine Rehre. Er hat eine Rehre. Pft. Nein, der ist nass. Wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Danke. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich hab deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emias sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Mhm. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emias Soldaten nicht gewesen wären, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt. Bevor es die wilde Jagd tut. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen. Um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten. Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen? Keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtreude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter war Atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir. Gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Botschafter war Atre. Jennifer, Jennifer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen, nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der nilfgardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie Verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Ketwen und Radovitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovitz sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovitz schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Ketwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Ketwenner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovitz an. So stand uns im Frühling, statt zwei schwachen Gegnern ein starker Gegenüber. Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovitz zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser M. hier war M. Reis ein für allemal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der themerischen Armee, namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym, Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovit ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ah! Wohin. Wohin.